Ich liebe es, hier zu shoppen. Shopping City Siersberg, wo Vielfalt zu Hause ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von myshopping.tv. Heute widmen wir uns wieder ganz dem Thema Mode und starten gleich mal hier bei unserem Primark. Für Tessa haben wir einen unserer Bestseller gewählt. Ein beiger Cardigan kombiniert mit einer weißen Jeans, einem beigen T-Shirt und dazu noch schwarze Ballerinas. Der lässige Look für jeden Tag. Dieses Jahr gelten All-Beige-Looks und Boyfriend-Bläser als Trend. Daher trägt unsere Denise einen Bläser im Anzugsstil kombiniert mit Vintage-Jeans, einem schwarzen Oberteil und schwarzen Schuhen. Für das gewisse Etwas haben wir das Outfit mit einer Halskette und einer Tasche kombiniert. Julian ist mit einer braunen Cargo-Hose und einer dunklen Jeans-Jacke, unter der er ein einfaches T-Shirt trägt, immer in Mode. So kann er mit Denise und Tessa mithalten. Bei Triumph finden Sie nicht nur Unterwäsche, Bademode, sondern auch Sportmode von Reaction. Dabei geht es nicht nur um Unterwäsche für den Sport, sondern um eine komplette Produkttechnologie, um bequemer, schön und gesund zu bleiben, während Sie Sport ausüben. Bei Kleiderbauer finden Sie jetzt die besten und coolsten Sommerkollektionen bereits reduziert. Profitieren Sie jetzt von diesem tollen Angebot und freuen Sie sich auf tolle Looks. Vertrauen Sie auf unsere geschulten Styling-Coaches und vereinbaren Sie einen Privatshopping-Termin. Cooler Trends und Must-Haves für die ganze Familie warten bei Kleiderbauer auf Sie. Wie immer findet man bei Vero Moda den Look für jeden Anlass. Ob klassisch, casual, Business- oder Party-Outfit. Vero Moda begeistert in diesem Spätsommer mit lässigen Jeans-Modellen und modischen Oberteilen. Auch der Flower-Print bleibt weiterhin aktuell. Ein weiteres Lieblingsteil von uns ist außerdem der klassische Midi-Rock in der Trendfarbe Violett. Je nach Styling macht der deinen Look elegant oder sportlich. Für spätsommerliche Temperaturen sorgen unsere modischen Shorts, lockere Sommerhänden und dazu ein All-Time-Classic. Die Jacke im Rauhleder-Look. Jack & Jones bleibt auch diesen Spätsommer bei dem Smart-Casual-Image, das wir so lieben. Vor allem Cargo-Hosen sind diese Saison voll im Trend. Kombiniert mit einem coolen Sweater, Sneakers und einer leichten Down-In-Jacke ist der sportliche Look perfekt. Finden Sie die lästigen Shirts, Jeans und Sweater und viele weitere Must-Haves bei Jack & Jones in Siresburg. Bei Guest Jeans in Siresburg wird Damen- sowie Herrenbekleidung angeboten. Es gibt auch eine große Auswahl an Handtaschen, Parfums, Uhren und Schmuck. Heute präsentieren wir euch Lieblingsteile aus unserer diesjährigen Sommerkollektion. Aus der Damenabteilung trägt das Model unser Strickkleid in olivgrün, kombiniert mit hohen Highheels mit Golddetails. Abgerundet wird der Stil mit einer beliebten Umhändentasche Hensley Mini Noelle in Braun. Der Herr trägt eine Jeans aus 100%iger Baumwolle in Grau, gestylt mit einem dazu passenden braunen T-Shirt. Dazu hat er noch bequeme Sneaker in Schwarz-Blau-Raum. Italienisches Flair in der Shopping City Siresburg. Eleganze Italiana bietet individuelle italienische Modestücke aus Florenz. Trendige Damenmode mit hoher Qualität und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. ist die Wartier-Being-Anstasche. Ay mi corazón, temor, maldición, ay mi corazón, temor, maldición, temor, maldición. Für ein perfektes Smart Casual Outfit darf ein eleganter Basic Blazer nicht fehlen. In Kombination mit einem feinen Ribstrick-Top in Beige und einem bequemen Stretch-Gürtel wirkt der Look feminin und edel. Dazu eine bequeme Blue Jeans und der Wohlfühlfaktor ist garantiert. Eine sommerlich leichte Stimmung kommt bei der Mini-Glide in Floralprint auf. Dieses It-Peace ist der ideale Begleiter für viele Anlässe. Ballonärmel, Teile im Gummizug und der weitschwingende Saum sorgen für das gewisse Etwas. Noch schnell dazu eine praktische Gürteltasche um die Schulter geworfen und fertig ist der sommerliche Gute-Launen-Look. Ulla Popkin, das Blast-Size-Label für Männer und Frauen bleibt auch in der Herbstmodel-Frauenfrau. Wir feiern das Leben mit trendiger, wertiger Mode für Anspruchsvolle. Ob elegant oder sportlich, für jede und jeden ist etwas dabei. Von Dessous bis Accessoires. Bei Ulla Popkin gibt es ihr rundum Wohlfühl-Service. Bei Ulla Popkin gibt es ihr rundum Wohlfühl-Service. Das war's mit den neuesten Spätsommer- und Herbsttrends 2021. Wir freuen uns über jedes Like and Share und bis zum nächsten Mal.